Der Antichristus ist nicht der angekündigte Fürst Einige Bibelausleger führen Dan. 9,26 an, um zu zeigen, dass der Antichristus ein Bürger eines neu gebildeten Römischen Reiches sein wird. Denn hier heißt es, dass das Volk dieses kommenden Herzogs Jerusalem und das sich in dieser Stadt befindende Heiligtum beseitigen wird. Die falsche Logik dieser Ansicht lautet folgendermaßen. Weil es das römische Volk war, das 70 n. Chr. den Jerusalemer Tempel zerstörte und von diesem Volk geschrieben steht, dass es das Volk des kommenden Fürsten ist und dieser Machthaber der Antichristus ist, muss letzterer ein Römer sein, also aus dem Bereich der heutigen EU stammen. In seinem Buch False Christ zeigt Chris White hingegen, dass der kommende Herzog in Dan. 9,26 kein anderer als der römische Herrführer, Sohn des Imperators Vespasian und späterer Kaiser Titus sein kann. Zu beachten ist, dass die Davar-Übersetzung dieses Verses falsch ist. Denn nicht Jerusalem und der Tempel beseitigten den Fürsten und dessen Volk, sondern das Gegenteil ist der Fall. Die Stadt und das Heiligtum werden durch die Landsleute des Heerführers zerstört. Und nach den 62 Siebernern wird der Gesalbte abgeschnitten, und keines ist ihm, und die Stadt und das Heilige, sie wird das Volk des kommenden Herzogs verderben, und sein Enden ist in Überspülung, und bis zum Ende sind Streit beschlossen wordenes, öde werdende. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass es nicht der Römer Titus gewesen war, der den Tempel zerstörte, sondern sein Volk. Das prophetische Wort aus Dan. 9,26 betont nämlich den Umstand, dass das Volk des Herzogs die Stadt und das Heilige verderben wird, was sehr ungewöhnlich ist. Denn normalerweise werden kriegerische Tätigkeiten dem Anführer einer Armee zugeschrieben. Diese biblische Prophetie erfüllte sich aber exakt, denn Titus wollte das Heiligtum Gottes unbedingt erhalten, um es in einen römischen Götzentempel umzufunktionieren. In Dan. 9,26 geht es also nicht um einen Hinweis auf die Nationalität des kommenden Fürsten, sondern hier wird angekündigt, was dessen Volk unter Missachtung seiner Befehle tun wird. Als Titus nämlich erfuhr, dass der Tempel in Brand gesteckt worden war, versuchte er alles, um das Feuer zu ersticken, wie uns der Geschichtsschreiber und Augenzeuge des Geschehens, Flavius Josephus, berichtet. Der Hass der Römer auf die Juden war jedoch dermaßen groß, dass niemand Titus gehorchte. Ungeachtet seiner Anordnung massakrierte sein Volk in einem Blutrausch 1,1 Millionen Menschen und legte den jüdischen Tempel in Trümmern, worin es das prophetische Wort aus Matthäus 24,2 und Lk. 23,28 erfüllte. Matthäus 24,2 Er aber antwortete und sprach zu ihnen, Seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Lk. 23,28 Jesus wandte sich aber zu ihnen und sprach, Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, sondern weint über euch selbst und über eure Kinder. Z�им orientiert, Lk. 25,18 5,10 Independ barriere und explaining die Geschichtsschreiber concepts zu ihr, dass du denffentlichen tuvo seins Simfer oder Seine